In den von Freisler geführten Prozessen wurden die Angeklagten erniedrigt und verängstigt, angebröt sowie verbal beleidigt. Eine Verteidigung wurde nicht zugelassen und das Todesurteil stand häufig bereits vorher fest. Der als Blutrichter bezeichnete Freisler fällte insgesamt 2600 Todesurteile, unter anderem gegen Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose wie Sophie Scholl oder zahlreiche Widerstandskämpfer des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Die zum Tode Verurteilten des Hitler-Attentats wurden unter grausamen Qualen mit Klavierdraht gehängt. Die Hinrichtung wurde auf Filmband aufgenommen und Adolf Hitler übergeben, welcher sich laut Augenzeugen über das Leiden der Hängenden abusierte.